Ich hasse Fake News. Das Problem ist aber nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist immer subjektiv. Das Problem ist die Anonymität. Wenn jemand auf Facebook gehen kann, etwas postet, das dann geliked wird und geteilt wird, das gelesen wird und angeschaut wird, dann ist überhaupt keine Kontrolle da. Ich mag das nicht, denn ich will wissen, wo meine News herkommen. Ich habe deshalb mein Facebook-Account gelöscht und auch den Facebook-Account von Obermatt. Als dann meine persönliche Top-10-Liste der Schweiz gekommen ist, habe ich mich sehr gefreut, denn ich habe Thea Media darauf gesehen, mit guten Obermatt-Rängen. Thea Media hinter mir hat einen Value-Rang von 71 und einen kombinierten Rang von 86. Das ist ziemlich gut. Warum ist das wohl so gut? Nun, ich vermute, dass viele Menschen denken, dass das Mediengeschäft tot ist. Das glaube ich aber nicht. Ich glaube, dass sich Medienhäuser wie die Thea Media verändern müssen und das tun sie auch, aber sie haben eine grosse Zukunft. Denn nicht nur ich will wissen, wo meine News herkommen. Auch sie. Ich habe Thea Media gekauft. Das war meine Entscheidung. Ich wünsche Ihnen viel Glück mit Ihrer Entscheidung.